Hallö, Hallöchen und Hallo in der nächsten Folge, wir sind mit der Heimreise beschäftigt und waren ja in den letzten Folgen zweimal gestorben, den Grund habe ich bestimmt schon genannt, ich weiß nicht so richtig, dort ist, ich glaube in die Richtung müssen wir, ich baue jetzt auch nicht weiter, es ist noch Nacht, wie lange? Geht er gerade auf, runter, nicht mehr lange, aber wenn ich zu Hause bin, tu ich erstmal ins Bett gehen, also es ist 2 nach 20, also halb, 40, 50, nehm ich noch ein paar Folgen auf oder ich setze mich schon hier seit, da war jetzt 1730, sind das die Inseln, oder sind das andere? Keine Ahnung... Ach, hier sind die Inseln, die Richtung Jedenfalls... Da ist kein Gänsehals, ja... Themenvorschläge, PN, Seedvorschläge, PN, schreiben an mich, CedricSosTV, auf meinem YouTube-Kanal und wenn ihr irgendwelche anderen Vorschläge habt, was ich in meine Playlist stellen kann, ich weiß, ich habe lange nicht mehr in meine Gronkh-Playlist was reingestellt, ihr guckt das bestimmt doch nicht alles bei mir an, wenn ihr es bei mir anguckt, also schreibt mal bei mir in die Kommentare, was ihr alles so bei mir auf der Playlist schon angeschaut habt, ob euch die gefallen haben und auch nicht, wenn ihr die nicht gefallen habt, euch die nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch eine Nachricht und schreibt vielleicht noch dazu, was ich verbessern könnte, immer besser, wenn man sowas auch noch aufschreibt und ja wenn ihr irgendwie mal den Seed ausprobiert habt, könnt ihr mir auch eine PN schreiben, indem ihr die Koordinaten, wo ihr ein Dorf gefunden habt mir schreiben ich bin sehr gespannt auf Antworten wo hier in der Nähe ein Dorf sein soll und wir sind zu Hause oder andere, wo eine schöne Mine ist was heißt Mine Mine heben nicht Höhle, sondern Mine Höhle, wer hat Höhle gesagt? 4 Eisen 4 Eisen das heißt da brauchen wir jetzt noch die Hose und die Hose müsste 1, 2, 3, 4 Felder füllen 4 Felder, deshalb wenn wir schon etwas Schaden genommen haben oder 4 Halbfelder ich weiß es nicht ob das ein Feld schon weg ist könnt ihr einfach mal ausprobieren 1 Eisen haben wir noch und Koppel rein wir müssten mal eine neue Ruhe machen das machen wir jetzt so und tun gleich mal eine Etage weiter das heißt eine Etage können wir auf der Etage machen aber die Truhen zum ersten mal hier hinstellen jetzt mal hier alles rein Schwarzpulver haben wir gekriegt Stock, Sand, Erde, Setzlinge Holz, Holz, das, das bevor wir das wegtun 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 Es ist Tag und ich gehe schlafen Es ist Tag Es ist Tag und es wird auf zu regnen Denken jetzt bestimmt Hä? wie geht das jetzt geht wenn ihr es noch nicht gewusst habt dann ist das schön aber ich glaube das mache ich in der nächsten folge also ihr seht mich in der nächsten folge und ich sag mal tschüss wenn ihr immer das video seht frühs mittags abend noch einen schönen tag und ich werde morgen wahrscheinlich zwei zehn minuten parts reinstellen warum sag ich das jetzt keine ahnung die folge kommt wahrscheinlich erst am donnerstag die ich jetzt aufnehmen aber ich rede jetzt schon aus der vergangenheit wahrscheinlich jetzt ist es morgen aber wenn es am donnerstag rauskommt redig aus der vergangenheit dann sehen wir uns später und einen schönen tag